Servus aus Bayern Mädels und willkommen zu einer kleinen Fashion-Inspo aus unserem Online-Shop. Ja, wir haben eine neue Strickjacke bekommen und die möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Ich habe jetzt hier vorab schon mal unsere Basic-Hose Gerti an. Die habe ich in letzter Zeit sehr oft angehabt, denn mir gefällt sie sehr gut. Und zwar ist sie unten praktisch, hat sie diesen ausgefransten Saum. Aber wer das nicht mag, wir haben also auch schon tolle neue Jeans, so ganz in dunklen Waschungen bereits im Job. Müsst ihr mal durchstöbeln, ich glaube, das wird schon ein bisschen ausgeklappt, aber vielleicht findet ihr ja eure Größe noch. Und es kommen auf jeden Fall noch ganz viele Jeans irgendwann in die nächste Zeit. Und darunter habe ich jetzt auch dieses Belief-T-Shirt an, nur damit ihr seht. Ich zeige euch jetzt die Jacke praktisch mit diesem Outfit, damit ihr euch immer am besten ein Bild davon machen könnt. Dann komme ich zu der tollen Strickjacke und die ist also, ja, immer einfach eine kuschelige, angenehme Jacke. Und zwar ist es diesmal jetzt auch keine so große Oversize-Jacke. Also für alle, die sagen, ich mag es immer nicht so groß, ich mag einfach so, ja, gemütliche Strickjacke drüber, aber ich mag nicht drin versinken. Für die ist dieses Säckchen einfach perfekt. Hat hier wieder einen kleinen Gummibund und ich kann euch sagen, kratzt kein bisschen. Also mega kuschelig, mega angenehm und gibt es noch in drei weiteren Farben. Ja, für alle Grauliebhaber habe ich auch wieder was dabei und zwar in diesem schönen Hellgrau. Also wirklich, ich kann es euch nur empfehlen, also wirklich so mega angenehm. Und ich habe es jetzt hier wirklich nur über ein T-Shirt an und ich kann euch sagen, ich bin es schon sehr empfindlich auf der Haut. Kratzt also nicht. Also ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ihr seht hier, die Länge ist also wirklich ein ganz normaler Schnitt und passt einfach perfekt jetzt auch zum Beispiel über ein schönes Kleid. Oder jetzt hier einfach zum ganz normalen Basic-Look. Dann habe ich jetzt bloß das T-Shirt in so einem beige angezogen, das gleiche T-Shirt, damit ich euch die cremefarbene Jacke schön zeigen kann. Ich finde einfach das ein bisschen, ja, wärmer als mit einem weißen T-Shirt. Könnt ihr aber genauso anziehen. Auch hier zeige ich euch wieder wunderschön, einfach eine wundertolle, kann man schon sagen, Qualität. Einfach mega kuschelig. Und ich habe auch noch neue Kleider, die der Tage online gehen und da zeige ich euch die auf jeden Fall auch dazu. Ja, last but not least, ein wunderschöner Kämmel-Ton. Kämmel ist eigentlich im Herbst und Winter nicht wegzudenken. Passt also einfach hier, wie ihr seht, zu diesem lässig-lich-scheren Look. Aber genauso natürlich auch mal ein bisschen feiner und schicker. Wie gesagt, mega kuscheliger an, äh, strikt, kaltigern, kratzt kein bisschen. Und ja, es ist wahrscheinlich die Kälte, die mich hier dazu schon bringt, dass ich kaum mehr sprechen kann. Also ich bin eigentlich richtig durchgefreut, gebe ich zu, obwohl ich mich ja permanent an- und ausziehe. Aber es ist einfach, ich hoffe, es wird bald anders. In dem Sinn, Mädels, das war nur eine kleine Inspo mit einer neuen Jacke aus unserem Job. Ich wünsche euch was, wir sehen uns und wir hören uns. Ich wünsche euch was, wir sehen uns.